So, allöchen liebe YouTube-Freunde. Herzlich willkommen hier bei Mickey Marsh. Wir wollen mal gucken, wie es weitergeht. Letztes Mal habe ich ja zum Schluss, wurde ich besser. Habe ich gehypt und so und mal sehen, was jetzt passiert. Ich höre mich kaum reden. Die Kopfhörer, die dämmen sowas von ab. Junge, du bist in einer anderen gedämmten Dimension. Digga. So, okay, los. Lasst uns nicht lange reden. Lasst uns anfangen. Lasst uns Taten sprechen. Die Masters of the Universe. Game noch ändern, solltest du es finden. Ja, der zeigt immer nur ein anderes Game an. Das ist es aber, glaube ich, nicht. Deswegen kann ich das nicht ändern, Digga. Tut mir leid, Mann. Ich kann ja nicht irgendeine Mickey-Maus einstellen, die es nicht gibt. Ne, ist sie komisch. So, los. Rein da in die Olga. Ich gucke zu viel Monte, Mann. Rein da in die Olga, sage ich schon. Ich gucke zu viel Monte, Mann. So, ähm. Wo müssen wir hin? Hier, ins schwarze Loch. Pfui. Nein, ist doch so. Und nun, liebe Kinder. Warte. Und nun, liebe Kinder. Gebt fein acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Disch. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh. So. Ja, gut. Oh, guck mal. Das ist genau das gleiche. Guck mal, habt ihr gesehen? Das ist genau das gleiche. Vorhang auf! The Disney Vault is coming! Sega. From Sega. Die Zuschauer. Die Zuschauer. Die Zuschauer sind weg. Mein Leben ist zu Ende. Er ist alle weg. Die Zuschauer sind 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 weg. Michi und Mini sind so glücklich, dass sie alle sicher sind. Aber das ist kein Mal noch. Es wurde nicht gefunden... Da muss man erst mal drauf klarkommen. Gott sei Dank komme ich jetzt charakterlich damit einigermaßen klar, Mann. Weißt du, so eine lebende Legende zu sein, ist nicht immer einfach. Aber ich gebe mein Bestes. Aber wie gesagt, ist es nicht einfach, Mann. Valhalla, ich komme. Die letzte noch lebende Legende. Es ist nur einer da, B7, und das bist du. Ey, B7, es ist nur ein Zuschauer da, und das bist du. Digger, zu geil, Mann, ich liebe es. Twitch, ich liebe dich. Twitch, ich liebe dich. Ich liebe dich, Twitch. Nein, ihr seid alle nicht da. Nur B7 ist da. Und YouTube, Hallöchen. Ich liebe Twitch, Mann, ich liebe Twitch. Los geht's. Fahrradklingel. Schwab. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Hü, hü, hü. Hallo, ich bin's, Mickey Mouse. Haha, ich bin unbesiegbar. Ich spiele mit Gosi. Sie ist eine lebende Legende. Leider, leider hat sie kein Aiming. Und sie hat kein Movement. Aber sie ist total witzig. Hältst du die Schnauze? Was redest du denn da, Mann? Ich hab's voll drauf, Mann. Mickey Mouse. Red mal nicht so eine Dinger. Ich lebe sie. Ich weiß Bescheid. Kann ich da auch wieder rausgehen, oder was? Ey, tatsächlich. Ich kann ja sogar wieder rausgehen. Was ist denn an dem? Das wusste ich ja gar nicht. Wo kann ich denn da hingehen? Nee, nee, besser nicht, sonst komme ich nicht mehr rein. Besser nicht. Man weiß es nicht. Und? Sprung! Warte, ich springe in die Tür rein. Pass auf, mit Movement so. Naja, fast. Hätte ja klappen können. Ey, warte mal. Die dritte Tür ist auch offen. Hä? Hä? Die dritte Tür ist jetzt auch offen. Die war doch zu. Müssen wir nicht erst mal in der Mitte weitermachen? Hm. Piek, 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 piek. Durch! Freddy, go! Wer mag? Wenn die Tür offen ist, geh mal da rein, oder? Aber ich will nichts verpassen, oder so? Mit den Fragten und Spragten der Forst hinter ihm, Micky hat die nächste Part seiner Reise mit einer neueren Courage. Und eine neue Courage. Warte mal. Kann ich nochmal zurück? Oh, scheiße, jetzt habe ich es zerkannt. Hui! Hallo, Vogel! Der Typ, wo ist es? Ah, der grumpy old Oak-Train. Like all of Misravelle's illusions, he was no friend to Mickey. Ennetslos. En passen da was. Hup! 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 Was ist denn jetzt denn hier los? Ja! Ja! Bum! Ja! Och ey Digga! Junge was ist denn mit dem los, der Vogel? Was ist denn mit dem los, der Vogel? Was ist denn jetzt los, Alter? Die wollen mal einen Schluck Kakao trinken. Das ist ein Mickey-Maus-mäßiger Kakao. Gott sei Dank habe ich fünf Leben. Welch ein Zufall, Mann. Das ist der Endboss, Digga, hier. Das ist der Endboss, Junge, oder was? Ich muss mich konzentrieren jetzt hier. Seid mal alle ruhig jetzt. Mann, was ist mit meinem BH? Mann! So weird! Mann! 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 Sinn. Okay, einmal. Ah, Mist. Es gibt da Gas. Es gibt da Gas. Sieht her. Ah, ich habe. Ah, gleich hab ich die Digger. Ja! Oh, guck mal. Oh, ich hab den roten. Habt ihr gesehen? Geil, habt ihr gesehen? Ich hab so einen fetten roten Rubin bekommen, Leute. Boah, boah. Aber... Aber hatte ich nicht die Mitte vergessen? Sag mal. Wollen wir mal kurz mal reingucken? Zeig mal her. Sag ich doch, da war ich nämlich gar nicht. Ich bin jetzt los. Oder doch, doch, da war ich anscheinend doch. Doch, da war ich doch. Aber die Uhr war vorher nicht. Ja, da war ich nicht. Hm, hopp. Haha, die muss ich... Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja... Ah, die Fieger... Ah... Ah... Perfekt. Perfekt. Oh, das war... Boah, das war knapp. Ah, ja! Ja! Geil! Das hab ich letztes Mal nämlich nicht geschafft. Ich werd immer besser. Oh, was für ein Glückstreffer! Schweigen muss man haben. Alter, da war ich letztes Mal auch nicht. Hopp! Hopp! Ja, ja! Cool! Ui! Die Liga ging aber gar... Mann, oh Mann, oh Mann! Oh, Schreibtischputzen! Räumlicher Wuppawiesel! Entschuldigung! Jetzt! Oh, geil! Oh, doppelgeil! Mega geil! Ja, nun? Und wieder zurück, oder? Entscheiden? Oh, ja! Ach, komm schon! Nein! Oh, nein! Die sind da unten, oder? Was ist denn da unten? Geil! Doppelt! Warte mal hin, das auch noch mal! Da, oh, das ist ein diamanten Ding! Ja, genau dazwischen! Hihihihi! Boah, diesmal greife ich gut ab! Geil, geil! Ah, der ist böse! Oh, hier! Geil! Halt da, ich bin ja voll cool! Oh, Mann! Was ist das geil! Ich bin ja mal richtig gut heute! Ich bin ja mal richtig gut heute! Und das, ich bin ja voll gut! Oh, genau das, ich bin ja voll voll cool! Und das? Läuft. Ah ja, das ist das mit der Hexe. Ja. Oh, richtig Bonus abgegriffen. Geil! Wie war das mit dem Ducken? Ah so. Hihihi. Ducken, 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 ducken! Nein, ich hab mich doch ge... Ach so. Oh. Oh. Jetzt ducken, ducken, ducken! Hehehe, voll geil. Ah genau, jetzt haben wir es ja fast geschafft. Warum wird denn jetzt die Zeit gestoppt? Oh. Krieg dich! Oh, schön. Krieg dich! Krieg dich! Krieg dich! Krieg dich! Yes! Boah, hab ich geil abgegriffen. Zurück zum Schluss. Aber heute habe ich... Wupperviesel. Heute habe ich das hervorragend gemacht. Guck mal, ich hab hier 5 Vatiläen plus 4 irgendwas. Gerne. Und Reveal wird mit C geschrieben. Ich glaube, ich sag's dir zum 4. Mal. Also wenn du es nicht irgendwann hinbekommst, müssten wir dich für eine Meile vielleicht mal so 3 Wochen aussitzen lassen. Also das ist mal ernst. Und Hallö und Herzlich willkommen und guten Abend! Warte mal, ich kann mal Gemälde ansehen. Vielleicht auch ein Spruch oder so. Ah, der Baum! Warte mal, ich springe von oben runter. Warte, ich springe von oben runter. Ist hier auch ein Bälle, Wendermann? Nein. Oh. Ach, guck mal da. Oh, hier sind überall Türen. Da ist zu. Hä? Da passiert bestimmt auch noch was mit diesen Sockeldingern oder so. Oh, da oben! Wie kommt man da hoch? Über die Treppen wahrscheinlich, dann. Da komm ich rein! Ah, ich hab ja auch schon Diamantenarten. Oh, da ist ein Buch. Angucken! Geht nicht? Ah, da habe ich gar nicht gesehen. Oh, da! Oh, richtig cool abgegriffen. Warte mal, vielleicht gibt's da hinten auch nochmal. Vielleicht hab ich nicht richtig geguckt. Gucken wir mal hier. Okay. Okay. Da, 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 da. Dum, dum, dum. Komm mal gleich. Da ist zu. 160 Diamanten. Okay, da, da, da. Hä? Wollt er zweimal was? Warte mal. Und hilf mal so um. Tsch, einen wunderschönen guten Abend. Viel Spaß dabei. Mann, da glitzert doch was. Oh. 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 Okay. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir da rein. Da ist zu 160, okay. Also da rein. Oh, neue. Hey, irgendwann verläuft man sich hier bestimmt. Auf geht's. Oh Mann. Mickey emerged into a toybox of peril. Another of the witches' illusions. Ach du ja. Oh Mann. Oh Mann, aber Schweingarten. Exit? Jetzt? Guck mal das da an. Nein, bitte nicht. Oh Mann. Oh! Oh Mann! Da kommt die mal her! Oh Mann! Ach Mann! Jetzt verzeih ich meine ganzen Lebenspunkte. Oh Mann! 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 Mickey war noch mal rein. Er war sicher, dass er nächstes Mal besser wird. Ich bin schon wieder. Oh Mann, das ist voll. Oh, geil. Ich muss nicht ganz am vorne anfangen. Ach, komm, Alter. Oh, auch gut. Da komm ich niemals hin. Oh. Junge. Käpt'n K. Oh Mann. Die Schnellchen. Yeah. Oh Mann. Bitte nicht. Oh Mann. 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 Nein, Mann! Oh, Gott! Oh, Gott! Wow! 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 Oh, mein Kreuzer! Oh, nein! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Gott! Das heißt, Mickey Maus! Oh, Mann! Mach mal mit Micky jetzt mal feiern. Wieder mit Micky. Mann. Mann. Ich mach's nicht fertig, Mann. Ach komm, Mann. Gib mir doch eine Chance. Der wieder. Hä? Aber ich hab ja Bälle. Ich muss mal meine Bälle mehr einsetzen. Muss ich überhaupt da oben hin. Ich muss ja woanders hin. Vielleicht soll ich mal da drüben rüber. Oh, mein schöner Bein. Nicht, oh Mann. Was hast du da jetzt getroffen? Oh, der Hau. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja. Oh, wie viel Glück muss man... Ja, Mann. Oh, ich drück noch diesen Knopf kaputt. Sorry, Mann. Wow. Wow. Oh, Mann. Wow. Hey, ich fall' nicht! Oh Mann! Warum geht denn das nicht? Ah, warte mal! Stimmt, ich bin nicht blöd. Ich bin blöd! Hey, Micky, hör mal auf jetzt! Wo muss ich es machen? Och, komm! So, komm! Hopp! Wow! Wow! Ja! 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 Yes! Ja! 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 Boss-Modus aktiviert! Ja! 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 Jetzt kann ich doch nicht mehr ran oder was? Doch! Boss-Modus! Ja! 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 Nein, du wendest das doch nicht an. Ich muss mich beeilen, nicht, dass der da wieder zurückjoint, dieser komische Lokomotivführer. Ich habe ein Schwein gehabt, Mann. Ich kriege ein Kind immer. Ich kriege ein Kind. Nein, bitte nicht. Oh ja, nein, doch. Ach, nicht doch. Mann, wie hoch dann noch? Dann Lebenspunkt gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Wie hoch denn noch? Zum Mond? Oh. Ein Stück. Oh. Oh Mann. Oh, ein Schlüssel. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Oh Mann, ich... Oh da! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da! Tschüss! Ja, zurück zum Schloss, ich mach das nicht, Mann. Oh, ich bin voll verkrampfte Hände. Scheiße, ich hab 144. Oh, ich fang ganz unten wieder an, oder was? Boop, 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 boop. Bei dem 160er komm ich nicht rein. Der ist ja dieses 160er. Da komm ich noch nicht rein. Warte mal, hier war ja nichts weiter, ne? Doch, warte mal, hier lasst noch eine Tür. Da gehen wir noch nicht. Wollen wir mal gucken, nochmal in die andere Richtung. Boop, 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 boop. Aber wir hören erst mal auf. An der Stelle hier, also mit dem Spiel. Dann können wir noch ein bisschen kurz was anderes spielen. Da geht's noch nicht rein. Okay, jetzt heißt also... Das heißt also, wir haben... Das heißt, wir haben also... Boop, 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 boop. Das heißt, bei dem 160er kommen wir nicht rein. Wir kommen hier rein. Ich glaub, hier waren wir sogar drinnen. Und dann haben wir noch... Hä, warte mal. Hä, waren ja nicht zwei Türen? Okay, dann waren wir hier drin gewesen. Aber, warte mal. Oh. Ne, zurück. Da waren wir noch nicht drin. Oder? Ne, da waren wir halt drinnen. Das hab ich mir überlegen. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist 160er Ding. Genau, wir waren da drin. Da waren wir drin. Und genau, da gab's einen Raum mit, genau. Scheiße, wo war man jetzt drin? Waren wir jetzt in der Mitte oder waren wir jetzt links? Wo war man jetzt drin gewesen, Leute? In it! Hallöchen! Herzlich willkommen! Schönen Abend! Weiß jemand noch, wo wir drin waren? Waren wir in der Mitte oder waren wir links? Waren wir in der Mitte oder waren wir links? Ich weiß das nicht mehr, Leute. Ich weiß das nicht mehr, Leute. ja, wo wir da sind. Das ist... Das ist... Keiner weiß das von euch. Wie können wir mal die Tür aufmachen? vielleicht können wir es ja sehen. Spielzeugland, aber... Wie sieht es denn da aus? Ich glaube wir waren in der Mitte, kann das sein? Kann es sein, dass wir in der Mitte waren? Aber wir hören erst mal auf! Wahnsinn! Vor allem 800 Diamantensteine! 800 Steine! Das heißt es gibt ja erst mal nur diese eine... Ne, und diese... Da waren wir noch nicht drin! Komm hier, guck mal kurz rein! Oh, das ist ein Wugschlag! Das ist mal so ein anderer! Sieht so geil aus, die Mickey Mouse! Ich liebe die! Ich liebe diese Mickey Mouse! Mann, sie sieht so geil real aus! Guck dir das an! Mann, sie ist so schön! Richtig geil! Auch das Bewegungsmovement gefällt mir! Guck mal! Zu geil, Mann! Einfach geil! Einfach geil! Okay! Zum Öffnen... Und den... Was hat er gesagt? Wann mal gehen wir mal dran! Und den orangefarbenen Stein zu sammeln! Ah, da gibt es den orange... Wann? 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 Ich weiss? Und Mickey Mouse. Ich frage mich auch, ob diesen Säulen noch da kommen. Ja, wisst ihr, was da hinkommt? Vielleicht muss man da die Steine hinmachen. Warte mal. Ja, vielleicht muss man da die Steine hinmachen. Genau. Da kommen bestimmt die Rubinsteine. Da kommen diese ganzen Steine bestimmt drauf, oder? Bestimmt. Da wette ich drauf. Aber noch kann ich nichts machen. Aber ich habe ja einen Rubinsteine. Aber ich dachte, ich kann den irgendwo hinlegen. Warte mal, jetzt ist da auch ein Gemälde. Vorhin war da aber kein Gemälde. Das gleiche nochmal im Bund. Vorhin war da keins, oder? Vorhin war da auch kein Gemälde. Das weiß ich. Ich habe ja auf beide Seiten extra geguckt. Mystic. Außerdem habe ich gerade was gesehen. Ich habe gerade gesehen, da oben das Zeichen. Da geht die Treppe runter. Da war da nicht noch so ein Bewachertyp? Nee, oder? Da geht die Treppe runter. War hier noch ein Soldat? Nee. Da geht es zum Burgturm hoch. Komisch, da kann ich rauf und bei dem anderen nicht. Jetzt gehe ich da nochmal hin. Das muss ich ja da auch raufkommen können. Warum komme ich da nicht rauf? Bei dem anderen komme ich rauf. Schöne Sounds, muss ich sagen. Gefällt mir. Möchtest du zum Titelbildschirm zurückkehren? Ja, wieso? Ich habe ja alles gut gemacht. Ja, wir haben ja abgeschlossen. Ich muss immer an Harry Potter irgendwie so ein bisschen denken. Wir wollten eigentlich rausgehen und nicht reingehen. Aber gut. Gehen wir nochmal rein, um wieder rauszugehen. Ob da was passiert, wenn man das eine Weile lässt? Wollen wir mal kurz warten, Leute? Nur um zu gucken, ob da irgendein Film oder irgendwas kommt, oder? So eine Pausen-Pausen-Dingsbums hier. So eine Pausen-Preview-Bla, Überbrückungs-Bla oder so. Kurz mal warten. Sieht aber nicht so aus. Aber man kann ja nie wissen. Das Spiel gefällt mir. Das ist ein schönes, stimmiges, schönes, rundes, abgeschlossenes Spiel. Mir passiert nichts, oder? Bleiben wir mal bei den Besten. Guck mal hier. Kitty-Cat? H.G. Butter? Was ist das denn? Profil an den? Guck mal, ich habe die bald eingerollt. Ach so, Platz. Ah, okay. Ich dachte gerade, mehr gibt es nicht. Aber ich bin ja Platz 80.000. Okay, aber es klappt. Ich dachte schon, wow, ich bin Platz 4. Ich dachte gerade so, es gibt nur vier Leute, die hier was eingetragen haben. Und ich bin schon Platz 4. Aber nee, nee, ich bin Platz 80.000. Ich bin die Letzte in der Rangliste. Und ich dachte schon, ich bin Platz 4, Junge. Warte mal Enter drücken. Das geht wohl nicht. Nee, das war jetzt falsch. Nee, zurück. Ach nee, das geht nicht. Doch, ich kann mir von Kitty-Cat das Team-Profil anschauen. Da steht, gewinnen ist zwar nicht alles, aber verlieren ist gar nichts. Kitty-Cat, da musst du noch üben. Ach so, da kann man sich von jedem sein. Aber höher kann ich nicht scrollen. Ich kann nur, ich kann nicht höher scrollen auf die nächste, oder? Ah, Top 10 1 drücken. Ich? Welt. Welt. Ah, jetzt. Freunde gibt es ja auch. Uh. Ich würde mich nicht wundern, wenn ihr Momo irgendwo steht. Ich würde mich nicht wundern, wenn ihr Momo irgendwo steht. Ich würde mal kurz freuen, vielleicht steht ja Momo irgendwo. Den traue ich das zu. Momo, wo bist du? Momo, wo bist du? Überleg mal, alter Schwede. Die haben 6. Was sagt der Beste? Oh, Wacke Kuchen. Oh, Wacke Kuchen. Also wenn du unter den Top 10 musst du mindestens... 1.858.000 1.858.000 Wieviel habe ich? Ja, 25.000. Das geht ja, 25.000 ist gut. Freunde, gibt es Freunde? Ich scheine Freunde zu haben. H.G. Butter und Kitty-Cat. Ja stimmt, Kitty-Cat kenne ich doch, wollte ich gerade sagen. Unsichtbar, ich habe sogar einen unsichtbaren Freund. Ich habe hier einen unsichtbaren Freund. Hallo, bist du da? Bist du da, unsichtbarer Freund? Skyrun, ich habe unsichtbare Freunde. Hallo. Kannst du mich hören? Ich lese da gar kein Skyrun. Schwing. Möchtest du beenden? Ja bitte. Das war sehr geil wieder. Sehr, sehr cremig. So, dann für die YouTube-Leute. Wisst ihr Bescheid? War diesmal gut, oder? Aber das war anstrengend. Ich drücke immer ganz doll meine Taste. Also wenn ich so weiter drücke, dann geht irgendwann der Controller kaputt. Ich meine, die Taste ist hier schon kaputt, aber die ist von alleine kaputt gegangen. Aber ich drücke immer richtig so, das tut mir schon mal. Also ich muss echt entspannter mal Controlling lernen, Junge. Das ist völlig krank, wie ich immer mich hier rumquäle. Und ich kriege sogar Schulterblatt in der Mitte von diesen Schulterblättern hier. Also hier an der Stelle, hier hinten so, da, verstehst du, ne? Also ich kriege da Schulterprobleme beim Spielen, Dinger. So verkrampft spiele ich dieses Spiel, man. So aggressiv. Verrückt, oder? Aber hey, ich habe gut gemacht, oder? Ich habe gut gemacht. Ja, war gut.